Willkommen bei OneAppaDay. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, servus, grüßi und hallo und willkommen zur neuen OneAppaDay-Folge mit einer Android-App. Gibt es wahrscheinlich auch für iOS. Die redet es von der App NDR Schleswig-Holstein. Bei 855 Gesamtbewertungen gibt es eine Durchschnittssternebewertung von 3,6 von 5 Sternen. Wie immer getestet auf dem Galaxy S23 Ultra, wobei die App natürlich auch auf deutlich schwächeren Geräten läuft, ganz klar. Aktuelle Versionsnummer ist die 2.4.1, 15 MB groß, erfordert Android 7.0 oder höher. Alle News aus Schleswig-Holstein in einer App. Die NDR Schleswig-Holstein App ist schnell, verlässlich und regional. Die NDR Schleswig-Holstein App bietet Ihnen den besten Nachrichtenüberblick für Schleswig-Holstein. Hier lesen Sie aktuelle regionale Nachrichten, sowie gut recherchierte Geschichten und hintergründe Informationen aus dem Land und hören den Livestream von NDR 1 Welle Nord. Mit dem Messenger bleiben Sie mit uns jederzeit in Kontakt, also mit der Redaktion oder Journalisten oder wie auch immer, habe ich noch nicht ausprobiert. Chatten, Sprachnachrichten schicken und Status melden, das ist alles kompakt in der NDR Schleswig-Holstein App. Jetzt downloaden alle Nachrichten direkt aus der Region. Podcast Player enthält Podcast aus Schleswig-Holstein, wobei ich persönlich Podcasts halt, einen Podcatcher abonniere, brauche ich keine App für. RSH zum Beispiel hat ja auch Podcasts in der App, aber möchte ich gar nicht hören. Eigentlich regionaler Nachrichtenüberblick, Nachrichten, Schlagzeilen, Radio-Livestream-Videos und Kontakt mit NDR 1 Welle Nord. Ich persönlich nutze die App, um einfach Schlagzeilen vor allen Dingen zu haben, Nachrichtenüberblick, was passiert in Schleswig-Holstein, wenn ihr es noch nicht wusstet. Ja, ich wohne in Schleswig-Holstein, spätestens jetzt, wisst ihr es wahrscheinlich. Ganz nette App, funktioniert sehr gut, flüssig, Abstürze sind mir bis jetzt noch nicht bekannt oder passiert noch nicht. Die Videos habe ich jetzt noch nicht angeschaut tatsächlich, sondern nur schriftlich gelesen, aber da, ja, alles gut, Daumen hoch für NDR Schleswig-Holstein. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich. Ciao und bye bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info at oaad.de, facebook.com slash oneappatag, gplus.deo slash oneappatag oder eine Ad-Menschen an twitter.com slash oneappatag.